Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanics Simulator 2018 hier auf Steel Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich hoffe, wir werden mit diesem Auftrag hier ein wenig Spaß haben, den wir jetzt hier haben. Denn dort ist wieder derjenige, welcher, der mal einfach blind Autos kauft. Und wir sollen mal gucken, welche Teile da alle nicht in Ordnung sind und wir sehen an der Liste, es sind viele. Gut, dann gucken wir mal, ob das Ding überhaupt startet, indem wir mal versuchen, damit auf den Testtrack zu kommen. Ja, das war fast zu erwarten. Gut, mal gucken, was er da gekauft hat. Vielleicht ist da gar kein Motor drin. Auto bewegen auf die Himmelbühne. Ich finde die Farbe schon wieder ganz gekickig, aber naja, gut. Das ist so ein bisschen Bonbonfarbe, ich weiß nicht. Ja, sehr auffällig. So, oh ja, ein Motor ist sogar drin. Aber, ach du meine Nase. Okay, also wir gucken mal ganz kurz ins Inventar. Okay, dann werde ich jetzt ganz kurz mal mein Inventar verkaufen. Da sind auch ein paar Profilkäufe drin. Ja, erstmal Müll verkaufen. Ja. Der hat alle Junkparts verkauft. Ach, komm, hier, alles weg. So, haben ein bisschen Geld noch nicht gemacht. Schade, egal. Weg ist weg. So, wir machen nämlich jetzt hier. Ach, wir wollten das Getriebe hier eigentlich mal testen, ob das passiert kriegen. Naja, gut, egal. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Schade. Wir können hier, glaube ich, dann einmal den Motor-Tester. Warte mal, da müssen wir die Zündkerzen raus haben. Aber wenn wir die Zündkerzen sind, das zu testen, müssen wir natürlich den hier haben. Aber wir machen jetzt mal den an hier. Mal gucken, wo das Fehler-Speicher sagt. Den Spulen habe ich ja nur schon entdeckt, mindestens so. Da haben wir ein paar Zündkerzen, die kaputt sind, alles klar. Und dann gucken wir mal noch mit dem Kronisch-Messgerät. Das ist sogar alles gut. Und dann können wir nochmal gucken, wie viel Druck denn der Motor innen hat. Weil so wie das aussieht, das Getriebe ist auch schon wieder Schrott und alles. Das ist ja alles... Gut, okay. Also wir müssen drunter bis zu den Kolben. Da sind mindestens drei Kolben, viermal Kolbenringe? Nein, nur dreimal Kolbenringe. Also mindestens drei Kolben sind wieder kaputt. Kugelwelle ist auch im Arsch. Da dürfen wir alles einmal ausschrauben. Gut, dann strippen wir mal den ganzen Motor hier ab. Das ist ja wieder fast die Restauration, was er mir da als Aufgabe gegeben hat. Hat er wieder billig ein Auto im Internet gekauft, hat er gesagt. Also derjenige, welcher, der uns den Auftrag gegeben hat. Oh, die Konstruktion als... Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Also das da so hier dran ist, so eine Lichtmaschine und das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber der Motorblock ist natürlich auch... Der sieht ja richtig... Richtig gut aus. Also der ist, glaube ich, Schrott, oder? Ja, der ist Schrott. Okay, also bis zum Motorblock alles ab. Hat er ja... Den genialen Kauf getätigt wieder. Gut. Warum nicht? Können wir ja mal machen, soweit. Ach Mensch, der Arme, der tut mir ja echt fast leid. Also er hätte nur ein zweites Auto gekauft. Das erste Auto war ja schon Schrottwasser gekauft. Das zweite, das sieht jetzt echt nicht je besser aus. Da ist noch eine andere Wasserpumpe dran. Der 1,4B. Ich glaube, den 1,4B haben wir noch nie auseinandergeschraubt, oder? Naja, und immer mal was Neues. So. Dann können wir jetzt hier die Zündkerzen mal rausnehmen. Oh, hier sind noch die ganzen... ...Hoffenbillenhalter. Ja, wenn auch mal ein paar kaputt sind, dann hast du natürlich ziemlich schnell... ...die Teile lässt sich ganz schön lang. Das darf ich noch nicht. Da ist wahrscheinlich die Drosselklappe noch dran. Oder Luftfilter, oder irgendwas. Das ist natürlich hier das kugelige Arbeit hier. Das sind ja etliche Halter und etliche Schrauben. Aber wer macht, wer muss es. Ich glaube, das ist wirklich das erste Mal zu denen haben hier. Ich will mich nicht erinnern, dass ich hier mit 1,4B schon mal so was ich zu tun hatte. Ich muss mal alles mal ein paar neue Teile kaufen. Obwohl, der geht nicht raus, weil hier hinten ist noch ein Kasten dran. Da kann ich mich doch dran erinnern, an diesem Kasten. Weil ich mich da nochmal drüber gewundert habe, warum denn hier in unserem Kasten ist eine Steuerung mit einer Steuerkette dazwischen. Aber gut. Oh, das sieht auch nicht mehr gut aus. Nee. Ach mein Bruder, du hast dir aber auch echten Scheiß andrehen lassen. So, was stört denn hier, wenn ich Satt abschrauben will, dann ist es hier in die Drosselklappe, alles klar. Und das ist ein Teil. Das ist ja zum Motorblock, okay. Okay. Ich wundern, warum das so rostig ist. Aber es ist die Halterung vom Ölfilter. So, man kann das ab hier. Die Dinger sind auch. Kapschstoffverteiler. Oh, der Mann, der tut mir leid. Der muss jetzt hier bei mir eine massige Rechnung bezahlen. Er hat ja gesagt, ich soll es einfach tun. Aber die Rechnung, die der kriegt, die ist natürlich jetzt schon ordentlich gesalzt und gefäffert. Das geht unter 20.000, das glaube ich nicht, was ich hier dran einstecke. Oh, lauter auch. Wie geht das nicht? Achso. Die Pumpe angesiert. Das wollte ich natürlich nicht. Denn die ABS-Pumpe, die sieht auch aus wie Mox und Mulle. So. Kapschstoffverteiler auch. Na, Verstärker. Na, Kopf geht immer noch nicht. Was habe ich noch drin? Achso, Stimketzen sind hier noch zwei Stück drin. Na, das finde ich ein bisschen affig. Also Stimketzen, die könnten eigentlich theoretisch nicht immer sein, wenn man so nicht den Kopf ausfaut. Achso, die kann man dann einfach runternehmen. Haben die dann ein paar Schrauben vergessen? Oder was? Ich kann den Zylinderkopf einfach so runternehmen. Oh, der war noch heile. Den hätten wir dann lassen können. Alles klar. Ich kann... Was? Okay. Ja, das... Gucken wir mal, wie das hier mit der Luftfilter aussieht. Das sieht aber gut aus. Dieses Gehäuse ist da drunter. Gut. Alles klar. Dann schrauben wir es wieder zusammen. Dann haben wir es geprüft. Oh Mann, du der Hammer. Der hat sich ja echt ein Auto anregen lassen. Das sieht alles nicht gut aus. Das sieht echt alles nicht gut aus. Oh, die Bremse war noch okay. Dacht er zumindest. Alles klar, okay. Das habe ich jetzt so nicht erwartet, muss ich sagen. Aber die sah für mich auch ziemlich kaputt aus. Das ist komplett okay. Alles hat an der Grenze, aber ist okay. Ach, jetzt fehlt mir der Anlasser. Ich werde weich. Soll ich den Anlasser da rumdrehen lassen? Dann kann ich das hier jetzt gedrehen. Ach, da nicht. So, gut. Dann brauchen wir den Anlasser wieder ran. Das Schaltgetriebe hier raus. Ach, sowieso das 4x4. Oh Gott. Kupplung sieht auch nicht gut aus. Ab muss eh alles. So, dann haben wir das hier erstmal soweit alles abgeschraubt. Wo ich denn dann in die Antriebswelle irgendwie ran? Der Lenker, der Antriebswelle. Ich muss die mal inspizieren so. Ah, die ist auch Schrott. Aber gut erkannt, dass die auch Schrott ist. Oh mein Bruder, das wird nicht, bin ich für dich. Oh, da hängen die Schrauben in der Luft, oder wie? Okay. Na ja, okay. So, dann lassen wir mal das Öl ab. Dann bitte zur Bühne 1. Dankeschön. Und dann einmal, ach nee, nicht so, sondern indem wir sagen. Ach, jetzt krieg's wieder nicht. Einmal das Öl ablassen. Und rechnen die an. So, dann können wir von hier unten ein Ölfilter. Ölwanne. Sieht auch interessant aus mit den Gruppen da. Ist wahrscheinlich zur Ölkühlung gedacht oder so. Keine Ahnung. Probelllager. Schauen wir mal ein paar ab. Weißt du, da kauft der Typ das Auto wieder im Internet und ich muss es hier wieder richten am Ende. Das ist ja das Schöne an der Sache. Ach, Mensch, ja. Bilder sahen gut aus, aber dass der Motorschrott ist, das hat er nicht gesehen. Ah, da eigentlich, ne? Ach, jetzt nicht die Kugel noch drin. Oder die dann da unten. Ja, ich weiß. Ich bin abgerutscht. Ich wollte doch da eigentlich drauf drücken. So, Kugelwelle raus. Und wieder runter. Und dann den Motorblock raus. Tja. Dann haben wir jetzt schon mal zumindest das Ausein eigen genommen, das gute Stück. Ähm, nee, eigentlich reparieren will ich jetzt gar nicht so großartig versuchen. Wahrscheinlich werde ich auch nichts reparieren können, oder? Doch. Oh, das hat geklappt. Ich glaube, der ist auch 3% runtergefallen, ne? So, der Rest ist ja alles eigentlich noch gut. Da kann ich nicht weiter was dran reparieren. Gucken wir mal, das ist in den Tarn. Hm. War alles, was ich irgendwann hatte. Alles, ja, schön. Ja, ich hab mir erst auf 3% runtergefallen, okay. Aber eine konnte man reparieren, das ist schon mal schön. Ob man die anderen beiden nicht versucht hätten zu reparieren, ist mir auch schon sehr schleierhaft, ne? Hä? Richtig. Ich hab drei davon komplett hochrepariert, oder sind beide nachher am Schluss kaputt gewesen. Ah, wurscht. Gut. Wir brauchen Motorblock. Und zwar den vom 1-4-B-Motor-Block. F4-B-Motor-B-Motor-B-Motor-Block. Ach ich musste erst die Kurbelwelle unten einbauen, ok dann gucken wir mal über die Lima die war noch ok ne, die können wir schon wieder anbauen hier, so wie sieht die Wasserpumpe aus, oh die war auch noch ok, ok, auch wieder ran, Kurbolader, der sieht scheiße aus, Markrolle A, oh die war sogar gut, nehmen wir die doch noch einmal, schön, fein, fein, Krassstofffilter können wir auch schon wieder reinhängen hier, der war ja auch noch ok, ja dann machen wir hier mal die Turbolader kaufen, Turbolader 1 4b, Turbo, was schreibt er denn auf den Scheiß, mann mann mann, ach ihm, Turbolader 1 4b, schön, ein Stück, ran, sehr schön, gut, dann müssen wir jetzt erst eine Kurbelwelle noch kaufen und dann die Kurbelwelle auch unten einbauen, Kurbelwelle 1 4b, so, und dann ran damit, Kurbelwelle Lagerdeckel, der war und der ist auch gut, gut, Ölkülter R4 haben wir nicht, weiß aber wo es den gibt, da am internet, die handeln damit, so, Eropumpenkommission hier nicht dran, ok, aber jetzt kommen wir nicht dran, Pumgerad, ah, guck mal hier, da können wir doch schon wieder, naja, neu kaufen, äh, da gucken wir mal ganz kurz, Lager, Schaltgetriebe, Pumgerad und Druckplatte brauchen wir bloß und 4x4, 5x4, 4x4, da, identik isso, R2, da, 10x8, 8x8, 9x10, 8x10, 1x9, 8x10, 9x10, manchmal muss man halt ein bisschen länger gucken so naja kunde kommt dann irgendwann wieder in eine kupplungsscheibe dann das ding davor und dann kann man das getriebe rannageln und dann fahre ich das alles noch runter oder ich brauche hier schon, naja das kann ich ja auch schon alles zusammenbauen hier vorne fixantrieb, antriebswelle d, ne bremse war ja nix aber während ich das hier so alles ein bisschen zusammenbaue bereite ich euch schon mal sehr schmorisch darauf vor dass diese folge jetzt hier sein ende finden wird wenn wir da ist was da ist was da ist was voll da haben wir noch mal ein paar fehler alles klar so wir gucken jetzt noch einmal ganz kurz was wir schon alles gefunden haben sportreifen und sportreifen haben wir gefunden zwei teile nicht gefunden wird auch sportreifen sein zündkerzen klar schwungrad haben wir schon repariert und hier haben wir noch ein bauteil nicht gefunden eins haben wir noch nicht gefunden also das können noch mal die beiden sportreifen sein da oben und das letzte bauteil dann werden wir vielleicht wieder ein bisschen länger nach suchen vielleicht kommen wir auch von selber drauf alles klar in diesem sinne das war eine folge car mechanic simulator 2018 mein name ist master schröder jetzt habe ich zielgames studio vergessen in der abmoderation egal ich hoffe ihr hattet spaß auf wiedersehen